Tamara, danke, dass du heute unsere Ski-Lehrerin bist. Das mache ich doch gerne. Am Vormittag habe ich die Arbeit auf der Bank und jongliere mit der Zahler und am Nachmittag mit allen Pisten fliehen. Und jetzt freut es mich, dass ich mit euch jetzt da die Piste runter bin. Die Sausen-Tage. Tamara, dürfen wir Piste runterfahren? Bitte! Wenn wir Andreas ganz lieb fragen, dann dürfen wir gleich mit in der Runde drehen.